hallo und herzlich willkommen zurück zuletzt bei ducktales remastered ja mit mir dem leo so haben wir noch money 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 oder haben wir kein money 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 das gibt es noch mal jetzt auch freigeschaltet also zumindest wie nennt man das die kategorie skizzen hier aber wir haben eigentlich kein geld mehr sehr gut dann stürzen wir uns das nächste abenteuer würde ich sagen dass da wäre der himalaya wir gehen auf den himalaya mal ganz fix also zieht euch warm an und packt eure hinterstiefel ein weil pack my parker duckworth we're headed for the himalayas to hunt for the lost crown of genghis khan shall i forward your calls sir oh not this time will be darling i need you here looking after the boys otherwise who knows what kind of trouble they might get into the last thing this expedition is a real ass about now i'm gonna have enough trouble looking after launchpad die kommen sowieso da wieder nach kannst du das sonst nicht aushalten launchpad i told you to land in the center of the mountain range not in the center of a mountain gee mr mcd i thought that crash was rock solid the only rocks around here are the ones inside your head we're nowhere near shadow pass and the lost crown now fix this wreck so it can get airborne and step on it lad i'm paying you by the hour and are they having you billing me for overtime no problem boss as long as i have this fuel regulator we're as good as whoopsy-daisy whoops my mom always said i was a butterfingers oh no please tell me you've got another one of those sure i do but it's back in duckberg launchpad launchpad don't worry mr mcd i'll climb down and get it you'll do no such thing i'll get it you stay here and try not to cause any more damage okay you're the boss oh man oh oh wer ist denn da als blunder passagier mit geflogen oh was das denn ach hießchen schon gewundert so erstmal wieder in die störung reinkommen lol seien bloß nicht hier geht nein unser dingsprong geht nicht hier der hier ne ok wir bleiben im schnee stecken wenn wir den machen das heißt wir müssen den viechern erstmal ausweichen hier die süßen kleinen häschen die sich im schnee verbuddeln wow au aua aber die will ich hier schon mit na toll sie ist natürlich weg alter ne ziege hilfe ne ziege angriff der ziege holl wir leben hier da fick dich ziege schless ziegenbock ok häschen Hey, wie soll man denn mit den Ausflächen nehmen, Kack? Ich glaube, man könnte sie aber mit... Warte mal. Ja. Oder auch nicht. Ja, könnte ich jetzt mal hier hoch, danke. Ne, geht nicht. Zeig mal die Karte. Okay, da ist so ein... Das Frage gehen wir jetzt weiter gerade aus. Ist, glaube ich, egal. Gehen wir erst mal hier lang. Und jetzt können wir ja immer noch wieder nach oben gehen. Oder auch nicht. Ja. Na, egal. Hier sind so ein paar Feldsteinchen, die runterfallen. Die wir bestimmt auch Schaden machen. Das ist doch schon der Dingsbums. Nein. Nicht so. Ich habe es gebraucht, um meinen Plan zu verhindern. Stopp! Ach, es ist zu late. Die Bonny-Banditen haben sich verholt. Ich muss diese Piele erst finden. Na toll, Häschen, hat er wieder super gemacht hier. Ah, wo ist das doch? War noch was? Nee, aber ich komme hier nicht mehr hoch. Wunderbar. Halt. Das heißt, es geht noch weiter nach unten. Wir wollen auf den Himalaya, nicht in den Himalaya. Oh, eine Truhe. Moment, wo ich dich öffne, mache ich hier noch. Oh, ein Zusatzleben, sehr gut. Davon haben wir immer mehr als fünf und kleine sechs Leben. Ich bin gespannt, wie viel man hier noch kriegen kann. Sonst können wir entweder unten durch oder oben durch. Ich glaube, ich bleibe mal oben und gehe dann sowieso runter, weil anders geht es ja glaube ich gar... Oh, Alter, hier ist Eis. Hier rutscht man. So. Achso, hier geht es runter quasi. Ich fall sowieso runter. Äh. Ja. So, Häschen, lässt sie mich dann mal vorbei. Dankeschön. Halt. Oh. Oh, wow. Ein, ein gefährlicher Eishockey-Schläger. Aber hier kann ich ja wieder jumpen. Oh, gut. Ich will den Hockey-Schläger haben. Ich finde das ja echt witzig, dass Bagobert im Schnee stecken bleibt. Das ist ein gutes Feature. So, dann machen wir alles kaputt hier mal. Die kommen noch 100% runter, oder? Oh, okay, doch nicht. Hilfe. So, mach einen Abgang. Hilfe! Ich bin hier durch. ja der mal das häschen k.o. schlagen können mit den eisblöcken so jetzt sind wir hier da unten leuchtet irgendwas ich glaube das ist ein teil da gehen wir gleich mal runter dann vorher machen wir hier noch alles platt oder ich werde platt gemacht vielmehr oh nice machs gut spinne wow machs gut oh ja alles kaputt hier mal oh das häschen auch tut mir leid für alle häschen freunde okay ich wollte eigentlich noch mich umgucken vorher ich bin der beste ice hockey spieler der welt wow äh ja außer dass ich manchmal ausrutsche das ist nicht so prickelnd für den job aber ich muss mit dem spinner jetzt raus einfach mal rangehen bis die runter gehen und wenn die wieder hoch gehen kannst du durch gehen ja ja dankeschön können nix okay und hier geht es dann quasi nur hoch aber hier ist nur kiss ja wohl nein lassen wieder volles live hier können wir jetzt auch in den versteckten raum hier hoch mehr können wir nicht es geht nur von unten denke ich mal ja das klappt super fick dich ich will den schlagen also ich hier auch ein leben verliere teilweise leute ne äh aua ja wenn man vom teufel spricht hätte ich es mal nicht gesagt wow lol äh ja ba 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 ist aber echt fies hier an der stelle wenn wir mal da raus erreichen geht doch gar nicht ja gut antäuschen lol ja boah da gubert alter immer zu boss wie ein pogosprung nur weil wenn wenn hüftgelenke eingerostet sind oder wat hüftgelenke so bisschen antäuschen hier so quicky ist das ganze schon ach man ich bin so ein idiot warum mache ich denn nicht den pogosprung pogo 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 so jetzt wie die plattform sieht man kaum aua killer häschen alter münze zack zack ok wieso ist das hier da ist ein pferd ah doch da ist ein leben cool warte aber ich bin jetzt wieder neu gespawnt wo geht es da runter ich glaube es geht dann nur in den tod darunter ja im tod geht es da wirklich nur runter ja im tod geht es da wirklich nur runter oh wieder hier anfangen wunderbar ich liebe dieses spiel für seine checkpoints ist ja fast so schlimm wie ein metro ach fuck you häschen ist ja fast so schlimm wie ein metro schitzviech hier ist natürlich nicht mehr drinne au 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 dann schlage ich mich mal hier durch ha das ist tatsächlich nicht so eine gute idee weil ich komm hier nicht mehr hoch Das ist cool Ich will das schon nicht sowieso verkacken So, den lass ich mal stehen da Den hier Kann ich gar nicht anders So Brauchen wir den noch mehr Tschüss Oh cool Stimmt, die sind ja noch Die Ecken muss ich auch mal in der Bekunden so die Ecken und so Wo mal nichts drin ist Dann kann man manchmal so eine Diamonds Kurz was trinken Wunderbar So Moment Jetzt gucken wir mal kurz Gucken Ach da gehts wieder in die Opre Etage So das Äh, hä? Wo war denn jetzt das Teil? Da war ich jetzt gar nicht geachtet Bringt mir ja nichts hier lang zu gehen Wenn Ja Wild bin da Voll bei der Sache Voll konzentriertet und so Ja 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 Jetzt bin ich jetzt Jetzt bin ich wieder vorbei Hier muss es irgendwo sein Hä? Äh Nein Nein Fuck you Ich bin ein Idiot, Alter Okay, ich glaub Ich glaub ehrlich gesagt ich weiß wo das Ding ist Das ist nämlich hier irgendwo dazwischen Hier ist es nämlich, oder? Ja genau hier Lol Achso ich musste die Häschen Kann mir noch erinnern, dass ich die Häschen K.O. schlagen muss Keine Angst sterben ja nicht Aua, 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 aber ich sterb gleich Also ich bin heute echt Nubig Äh, es gibt aber auch manchmal eine Steuerung wirklich Da kann ich auch nichts hier wirklich für Die ist nämlich wirklich behindert manchmal Ja, ja, jetzt kommen hier ein Auszug Zählen jetzt immer noch der Punkt Ne Okay, dann wurde das jetzt eingesammelt Trotzdem kriegt's auf den Sack das Häschen Aua Manchmal bin ich ja völlig Planlos hier Lauf So, man geht's wieder hoch Aber wir gehen jetzt mal ganz links lang Weil dort waren wir noch nicht Da gehen wir nicht durch Oh Oh Das ist das Das ist Bubba Duck Das ist Bubba Duck Das sieht aus wie das Das ist das Das ist das Wow, was passiert? Scooch? Uga uga Scooch save Bubba Da, da, little fella Uncle Scrooge is here to help Scooch save Bubba 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 Bubba help Scrooge Bubba help Scrooge Bubba help Scrooge Forever Nee